Und jetzt die Modetrends aus Berlin. Ich war letztes Jahr eingeladen im Gendarmenmarkt und im Dom war die Modenschau und das war fantastisch und ich habe dieses Jahr wieder eine Einladung bekommen, dann dachte ich, da gehe ich mal hin. Ich bin ganz ehrlich, dass Michalski immer am glamourösesten ist. Also alle schlagen sich darum auf der Michalski Style Night zu sein und Teil der Party zu sein. Es ist immer Glitzer, immer viel und bunt und Disco und das liebe ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.